Hallo und herzlich willkommen zu Endling! Extinction is forever! Ja, ein super süßes Game mit leider traurigem Hintergrund, aber trotzdem relativ aktuell. Tiere haben es nicht mehr so leicht auf diesem Planeten. Und in Endling spielen wir den letzten überlebenden Fuchs und versuchen in einer verstörend zerstörten Welt irgendwie zu überleben. Das Game hat auf Steam echt gute Bewertungen bekommen und ich würde sagen, wir gucken einfach mal gemeinsam rein. Wir starten mal ein neues Spiel. Ich habe schon mal ganz kurz geguckt. So ein bisschen die Grafik eingestellt. Und das Game ist echt super süß. Oh, der Wald brennt! Okay. Oh, das ist ein Hirsch! Okay. Also wir sind dieser Fuchs. Und ich glaube, wir müssen jetzt aus diesem Wald raus. Okay, wir können auch sprinten. Let's go! Ja, sieht aus, als müssten wir hier schnell raus. Oh, da ist wieder der Hirsch. Oh! Vorsichtig, Hirsch! Go, go, go! Oh, der Baum! Okay, da hinten ist irgendwie so ein... Wow, wow, wow! Der wäre fast auf mich drauf gefallen. Spring! Buddel! Grab! Oh, wir müssen drunter durchgraben. Okay. Geht es nicht oben drüber schneller? Let's go! Okay. Das ist irgendwie ein Wasserturm oder was? Ja, wir sind safe. Fast. Mir fallen immer noch die Bäume. Oh, Stromleitung! Okay, ein Hase. Den können wir jetzt schnell snacken. Ähm. Okay. Das ist... ... ein Park. Wie heißt der? Welcome to... ... Item... ... Item... ... Kann man nicht so ganz lesen, ne? ... Natural Park. Jetzt machen wir mal so ein Wald oder sowas. Preserved species. Der Hirsch lebt noch. Der Fuchs ist durchgestrichen. Ich glaube, wir sind offiziell schon ausgestorben. Der Bär ist auch ausgestorben. Der Dachs auch. Der Wolf. Die Eichhörnchen. Hasen gibt es, glaube ich, noch. Graffiti drüber. Okay. Let's go. Wow, wow, wow! Ähm. Spring! Geht nicht. Feuer! Da kommen wir nicht weiter, oder? Okay. Wo geht's dann lang? Ah, da kommen wir hoch. Okay. Raus aus dem brennenden Wald. Wollen wir da hochgehen? Wollen wir es hier lang? Oh! Was? Die haben Flammenwerfer. Die zitten den Wald an. Was ist... Okay. Mega cool. Die sind ein ziemlich sportlicher Fuchs. Einfach mal das Ding hochgeklettert. Diese fackeln die den Wald hier ab. Was geht mit denen ab? Verrückten Menschen. Okay. Wow. Da geht's runter. Wow. Was muss ich tun? Das... Das... Der brennt. Ich glaube, uns geht's... Gut. Der Hirsch hat gebrannt. Wir sehen aber aus wie ein sehr trauriger Fuchs. Oh, ich glaube, wir haben uns den Haxen verstaucht, oder so. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nur noch so langsam trotten. Wow! Was war das? Hier ist doch ein Zebrastreifen für Füchse, oder so was. Der hat einfach nicht gehalten. Da liegt überall Müll rum. Okay, also das sieht echt nicht schön aus hier. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo intakten Wald gibt. Aber wir kommen aus diesem Naturreservaten. Wenn es da schon so schlimm aussah, dann wird es wohl nicht besser werden, ne? Uiuiui. Komm wieder hoch? Was ist hier unten? Das ist eine Wand. Ich glaube, wir müssen da hoch. Zu diesem Turm. Brauchen wir erstmal einen Unterschlupf, oder? Hier ist es ja total nass. Und hier sind überall Menschen, oder? Keep out. Ich weiß nicht, ob das für Füchse gedacht ist hier. Kommen wir eh nicht durch. Aber hier kommen wir wieder hoch. Let's go. Oder ist einer da oben? Ich glaube, er hat mich gesehen. Oh. Das ist eine Drohne, oder so? Komm, wir... Okay. Wir klettern jetzt da rein. Oh, das ist ein Bau, oder so was. Hoffentlich ist da kein Bär drin. Aber es sieht recht klein aus, ne? Oh, ich glaube, uns geht es nicht mehr so gut. Wir sehen ziemlich fertig aus. Ei, ei, ei. Oh. Zusammen geklappt. Ich glaube, wir schlafen erstmal eine Runde. Oh, der Fuchs weint. Nein, der arme Fuchs. Können wir noch aufstehen? Ich glaube, wir können nicht aufstehen. Oh, wir... Winseln. Nicht so gut. Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Was? Sind das Babyfüchse? Babyfüchse? Okay. Wir sind Mama Fuchs. Alles klar. Ein... Da können wir die jetzt auswählen. Ein hautfarbener Fuchs. Ein... Ist das so ein bisschen dunkler? Der ist so leuchtend... Grau, blau... Und braun. Okay. Müssen wir jetzt einen akzeptieren, irgendwie? Was wollen wir denn für einen Fuchs? Ich glaube, der rechts ist gut getarnt, ne? Der ist nachts gut getarnt. Der ist so ein bisschen lila, irgendwie, oder? Ich finde aber den ganz süß hier. Nehmen wir mal den ungetanen, oder? Ich finde die Farbe gut. Okay. Sind wir jetzt der kleine Fuchs? Aber wir können doch gar nichts machen, oder? Wir müssen wahrscheinlich den ganzen Tag an der Zitze nuckeln. Okay. Woher ist er umgefallen? Und jetzt? Der Wald brennt. Das ist so ein... So ein Feuerwachturm hier, oder? Die haben einfach unseren Wald abgebrannt. Und den Hirsch haben sie auch verbracht. Endlich. Extinction is forever. Eigentlich nicht mehr, ne? Wir können ja die... Die Gene aufbewahren für später. Let's go. Du kannst Fische und Mäuse nur an bestimmten Stellen fangen. Okay. Gehen wir jetzt... Na ja, wir brauchen Futter für die Tiere wahrscheinlich, oder? Für die Kleinen. So. Also da über uns ist irgendwie so ein Typ unterwegs. Von dem müssen wir uns in Acht nehmen, oder? Ah, der ist nicht mehr da. Okay. Was ist das hier? Bitte agieren. Oh. Okay. Da können wir uns wohl verstecken, oder so. Können wir hier auch runter? Da? Okay. Ich glaube, das war eine Abzweigung da. Hier ist schon wieder eine Abzweigung. Gehen wir mal gerade aus. Beute aufspüren. Okay. Oh, das... Das riecht hier gut. Da gibt's... Was zu essen. Oh, was? Da ist irgendein Tier. Oh, da ist es wieder weg. Ja. Okay, man riecht es, und... Können wir das dann irgendwie... Fangen, oder so? Das riecht gut. Jawohl. Das ist eine Maus, oder so. Eine leuchtende Maus. Okay, jetzt leuchtet sie nicht mehr. Das ist, glaube ich, der Geruchs... Das Geruchsleuchten. Und die bringen wir jetzt zu den Kleinen, oder? Und die kriegen dann... So eine Maus. Reicht eine Maus? Wir haben vier kleine. Dann füttern wir die mal, ne? Okay. Und dann gehen wir wieder raus, oder wie? Okay, also tagsüber dürfen wir nicht draußen sein. Wir sind Fuchs, wir sind nachtaktiv. Alles klar. Und Nacht zwei. Achso, wir haben jetzt die ganze... Den ganzen Tag drinnen verbracht, glaube ich. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Das wird jetzt gar nicht mehr eingeblendet. Mal da runter gehen. Das ist schon wieder eine Abzweigung. Gehen wir da auch mal runter. Oh. Irgendwie riecht's hier, ne? Ist aber nass. Und kalt nass, ne? Was ist ein Fisch? Okay, wir haben einen Fisch. Alles klar. Also wir können auch Fische fangen. Was? Care Corp heißt das Ding da hinten. Da ist irgend so eine Fabrik oder sowas. Ich weiß nicht, ob der Fisch gut ist. Kommt direkt hier aus dem Fabrikwasser. Hm. Mal gucken. Den bringen wir mal nach Hause. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr wirklich die Wahl. Hier ist alles ziemlich verseucht und kaputt, ehrlich gesagt. Okay, dann gehen wir jetzt wieder schlafen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich noch einmal Essen holen und dann passiert irgendwas, oder? Oh. Bibi Fuchs. Was ist das? Oh, das ist ne... Das ist so ne Angel, ne Fuchsangel. Das ist ne Falle. Nein, lass das. Lass das in Ruhe. Oh nein. Oh oh. Und wir schlafen und merken nichts. Tu's nicht, bleib in der Höhle. No. Da ist ein Mensch. Nein. Da fehlt ein Fuchs. Okay, ich glaube, wir haben gemerkt, dass da ein Fuchs fehlt. Spuren bleiben nicht ewig erhalten. Okay. Vielleicht können wir ja riechen, wo der hinging, aber... Ich weiß nicht, ob wir den befreien können. Nacht 3. Wo? Da liegt der Köder. Oh no. Die sehen komisch aus, die Menschen. Okay. Hier riecht's nach unserem kleinen Fuchsie. Der wurde in die Fabrik gebracht, oder? Da liegt wieder irgendwas. Was ist das? Ein Handschuh? Die haben noch gekämpft. Der Kleine hat sich gewehrt. Jawoll. Gute Arbeit. Beiß ihm den Finger ab. Gut, dann gehen wir weiter, oder? Jetzt müssen wir hier runter. Schnuff, schnuff. Eine Kiste? Hä? Eine Powerbox. Ist die gefährlich? Was? Der hat unseren Fuchs in so ein Boot geladen, oder was? Nein, die Spur endet hier. Die sind mit dem Boot weggefahren. Jetzt riechen wir nichts mehr. Oh nein. Das ist eine Batterie, oder sowas. Das ist aber nicht gut. Hier riecht's wieder. Da riecht's nach Fisch, glaube ich. Ja, ziemlich strenger Fischgeruch hier. Den holen wir uns. Okay. Also wir haben jetzt nur noch drei Welpen, und der vierte ist irgendwie so ausgeblendet. Der ist irgendwie pink. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht können wir den später noch retten. Vielleicht lebt er ja noch. Der war ja nur eingesperrt, ne? Das wäre echt fies, wenn die jetzt den kleinen Fuchs aufessen oder auf dem Grill packen. Okay, mit dem Fisch machen wir, glaube ich, diesen Balken voll. Mal gucken, was dann passiert. Nee, nicht ganz. Wir brauchen nochmal irgendwie was zu essen. Wir sind doch schon Tag fünf, oder so. Wir brauchen so kleine Füchse, um alt zu werden. Um groß zu werden. Oder größer. Erstmal. Was? Die können bellen. Ich glaube, Füchse können bellen, ne? Oh! Sie sind größer. Die sehen schon eher nach Fuchs aus jetzt. Aber immer noch nicht wirklich. Sieht eher aus wie ein Hase oder sowas. Okay. Gut. Nehmen wir die jetzt mit, oder wie? Zuneigung. Um sich vor schrecklichen Situationen zu erholen. Hier ist eigentlich alles schrecklich. Außer die Hülle, die ist gemütlich. Okay, kommt mal mit. Ich glaube, wir können jetzt irgendwie... Wir können auch so. Okay. Also wir können irgendwie so bellen. Und... Das ist so Kuscheln mit den Kleinen. Super cool. Dann nehmen wir die jetzt mit zum Jagen, damit die das lernen, ne? Und die müssen auch lernen, wie man sich versteckt. Okay, das müssen wir noch üben. Gehen wir mal hier runter. Könnt ihr das? Jawohl. Okay. Wir haben nur noch drei. Nein, wir müssen aufpassen. Das werden sonst immer weniger, habe ich das Gefühl. Okay. Und wir haben diesen... Diesen Hungerbalken, ne? Oh, der geht mega schnell runter. Wir brauchen bald wieder was zu essen. Da ist eine Schaufel. Ne, was ist das? Eine Blume oder sowas. Wir müssen jetzt irgendwo ganz schnell Essen finden. Da sind Menschen oder so. Da ist... Da ist eine Mine oder sowas. Da gehen wir nicht hin. Wir gehen mal hier lang. Ich rieche mal kurz. Riecht hier irgendwas? Nö. Riecht alles nach Fuchs hier. Das sind Pilze? Oh, hier riecht es. Riecht hier das? Oh, das riecht voll gut. Das riecht nach... Oh, nach Dachs. Ich dachte, Dachse wären irgendwie... Lass... Lass die Kleinen in Ruhe. Der Dachs... Nein, nein, nein. Können wir nicht irgendwie... Ich bell ihn an. Das zieht nicht. Ich glaube, wir müssen den... Ja, wir müssen weg. Das hat so gut gerochen. Fieser Dachs. Was machen wir gegen den? Ich weiß es nicht. Die Menschen machen hoffentlich irgendwas mit dem. Dann gehen wir jetzt doch hier lang. Das sieht aber gefährlich aus. Das sind so... Typen. Aber hier riecht es gut. Oh, da oben ist irgendwas. Was ist das? Oh, die Kleinen essen das. Ein Apfel war das. Okay. Da wuchs echt noch so ein Apfel oder sowas. Wollt ich da runtergehen irgendwie? Das geht. Gehen wir mal von diesen Menschen da weg. Die mag ich nicht so. Hm. Ich weiß nicht, ob die schwimmen können. Ja, die können schwimmen. Easy. Das sind echt gute Schwimmer. Die klappen die Ohren nach hinten und dann... Speedboat. Go, go. Da war... Ah, das ist ein Felsen. Ich suche nach Fischen. Hier riecht es nach Fisch. Komm mal mit, ihr drei. Da ist ein Mensch. Der hört irgendwie Musik oder so. Also, ich würde gerne mal was zu essen finden. Was ist das denn? Was? F, um Beute fallen zu lassen und die Welpen zu füttern. Ah, wir haben so Beeren gepflückt. Das ist ja cool. Okay. Also, so ein paar essbare Sachen gibt es hier schon. Obwohl es hier ziemlich kalt aussieht, ne? Kommen wir dann wieder rauf. Oh, wir müssen den Unterschlupf zurück. Ach so. Aber... Oh nein, wir sind ganz weit weg. Ah, hier ist auch ein Unterschlupf, glaube ich. Da wird einer angezeigt, oder? Oh oh. Ah, hier ist ein kürzerer Weg zurück. Okay. Wir müssen schnell zurück. Ich habe nicht auf die Zeit geguckt. Wir sind ja schon super lange unterwegs. So. Da ist aber der Dachs, ne? Da dürfen wir nicht durch. Der lässt uns nicht durch, der Dachs. Oh, das ist aber doof. Können wir da nicht irgendwie in so einem Busch schlafen oder so? Ich glaube nicht. Dann müssen wir jetzt zurück hier. Den ganzen Weg zurück. Mit den kleinen Welpen, die so langsam sind. Oh oh. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen. Aber wir schaffen es nicht rechtzeitig. Oh no. Da liegt so eine Flasche. Schnell, beeilt euch. Wir müssen in die Höhle. Oh nein. Das war zu spannend hier. Kommt jetzt, Fuchsis. Das war super spannend. Fuchsis. Kann man die nicht Huckepack nehmen oder so? Oh, jetzt ist Tag. Hoffentlich kommen jetzt nicht die Menschen raus oder so. Kommt schon. Von hier aus ist es dann nicht mehr weit. Da beim Dachs gab es auch noch so Beeren. Ich habe das gesehen, aber wir haben keine Zeit, die zu pflücken. Das müssen wir morgen machen. Oh, jetzt sind sie schnell. Die wissen, dass es jetzt wichtig ist, schnell zu sein. Kommt mit. Wir sind fast zu Hause. Wir schaffen das. Jawohl, wir schaffen das. Kommt ihr da hoch? Ja. Ab nach Hause. So. Wir haben ja schon fast alle Sachen hier aufgegessen. Was machen wir denn jetzt? Springen. Okay. Die... Die lernen jetzt springen, oder wie? Was passiert jetzt? Willst du das irgendwie auswählen? Ich weiß nicht. Okay. Welpenfertigkeiten mit R. Die können jetzt springen. So kommen wir wieder raus. Spuren. Okay, also wir haben noch die Spuren von dem Welpen, der verloren gegangen ist. Die können wir uns nochmal anschauen. Das ist quasi wie träumen, oder so. Was wir da machen? Keine Ahnung. Erinnerungen wieder aufrufen. Und... So geht es wieder raus. Okay. Die lernen neue Fertigkeiten, wenn wir ihnen das irgendwie so beibringen. Und das ist doch super. Die können jetzt schon springen, weil wir so oft irgendwo hoch und runter gesprungen sind. Nacht 5. Gut, dann müssen wir aber langsam irgendwie eine neue Gegend finden, weil hier haben wir ja schon alles aufgegessen, oder? Wir gehen jetzt mal hier lang und gehen mal hier geradeaus weiter. Bleiben wir mal von diesem Dachs weg, weil das ist ja irgendwie nicht zielführend mit dem Dachs. Da war nichts drin. Ich rieche auch nichts hier. Oh, da sind Bären, habt ihr es gesehen? Die holen wir uns fix. So. Die können wir hier fallen lassen, dann haben die was zu essen. Da ist der Dachs, glaube ich. Ah ja, hier ist der Dachs. Ach, dann hätten wir hier lang gehen können. Das ist ja viel schneller. Der doofe Dachs. Ah ja, dann sind wir wieder hier, okay. Und da sind unten wieder Bären. Perfekt. Gehen wir mal davor. Holen noch die Bären. So. Guten Hunger. Aber wir müssen schon viel essen, ne? Also die Kleinen. Die sind schon recht hungrig. Wollen wir da mal rausgucken? Können wir das überhaupt? Zu dem Häuschen da? No Fishing. Tut mir leid. Oh, das ist bestimmt gefährlich, oder? Vielleicht können wir da irgendwie so ein Sandwich klauen oder so. Da brennt Licht. Das ist creepy. Aber wir müssen da drunter durchgraben, glaube ich. Da ist ein Typ. Okay, können wir hier auch wieder raus? Oh, wir müssen wieder graben, ne? Das ist nicht gut. Da ist ein Typ unterwegs. Wir hauen ab. Nichts wie weg. Kommt mit. Das ist risky. Das machen wir nicht mit den Welpen. Dann gehen wir lieber wieder da runter und schauen mal hier weiter, was da abgeht. Da gab es doch auch noch Bären, oder? Ja, da ist so ein Typ da drüben auf der Insel. Ah, hier waren wir noch nicht. So. Care Corp. For a better tomorrow. Ja. Aber nicht für Füchse. Ist das alles hier? Riecht nach nix. Wo sind wir? Also der Tag scheint noch recht lang zu sein. Wir haben keine Anzeige oder sowas. Ähm, ich sehe nur Gras. Oh, jetzt doch. Wir müssen bald wieder zurück. Gibt's hier nicht? Da riecht's gut. Hier riecht's mega gut. Ach, nach Apfel riecht's hier. So. Apfel essen. Go, go. So. Kommen wir irgendwie hoch, oder was? Nee, ne? Also ich glaub, das ist eine Sackgasse. Das ist die Apfelsackgasse. Okay. Und dann können wir hier... Hier wieder zurückgehen, oder? Das kennen wir auch noch nicht. Da ist eine Kamera am Baum. Da müssen wir vorsichtig sein. Eine Falle. Na, die Kleinen laufen doch da rein. Wir können die nicht entschärfen. Wir können nur... Bellen? Na. Ah, die Kleinen laufen schneller, wenn ich bell, oder? Mega. Okay. Da können die schneller laufen. Ähm... Das funktioniert. Aber die brauchen ja bestimmt mehr Nahrung, oder? Vielleicht nicht so super gut. Okay. Hier gibt's nicht so viel zu essen, ganz ehrlich. Das ist wieder der Dachs. Ich hör ihn schon. Geh bloß weg, du Dachs. Der riecht gut. Okay. Hm, dann... Gehen wir jetzt wieder nach Hause, weil es ist gleich schon wieder Tag. Und tagsüber sollen wir ja nach Hause gehen, ne? Dann machen wir das besser. Weiß nicht, was sonst passiert. Genau, kommt mal mit jetzt. Jawohl. Oh, wir brauchen echt... Wir brauchen Essen. Viel Essen. Wir sind noch 50% runter. Das ist gar nicht so einfach. Wir müssen jetzt immer weiter weg von zu Hause, um unsere Kleinen zu füttern. Und dann müssen wir irgendwie den anderen noch retten. Ich glaub, der lebt noch. Den müssen wir wieder finden. Unsere Familie wieder vereinen. Ja, ich denke, damit müssen wir dann langsam Schluss machen. Hier in Endling. Das war mal die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Vielleicht schauen wir dann auch noch tiefer rein. Und versuchen, unsere Familie wieder zu vereinen. Den vierten Babyfuchs wiederzufinden. Super süßes Game mit... Ja, super trauriger Story. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Ob wir da überleben können. In diesen... Unter diesen widrigen Umständen hier. Die Dachse waren ja, glaube ich, auch schon durchgestrichen. Ne? Also... Oder gab es die noch? Ich glaub, die waren auch durchgestrichen auf diesem Schild. Also ich glaub, die sind eigentlich auch schon ausgestorben. Vielleicht haben wir da den letzten Dachs getroffen. Den sollten wir auf jeden Fall auch am Leben lassen. Selbst wenn der da irgendwie seine... Seine Ratte beschützt. Vielleicht hat der ja auch Junge. Und wir haben die Jungen gerochen und wollten die essen. Ich weiß es nicht. Vielleicht rochen die so gut. Es roch auf jeden Fall gut in der Ecke. Aber ich denke, wir lassen den Dachs am Leben, wenn möglich. Und suchen uns lieber was anderes zu essen. Und dann müssen wir irgendwie in eine neue Gegend. Weil hier ist ja alles schon abgegrast. Die Kleine ist schon alles aufgegessen. Ich glaub, wir brauchen eine neue Höhle irgendwo anders. Für heute war's das aber aus Endling. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ich würd mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann! Und wir sehen uns im nächsten Video.